Yeah man, Obnam Lev, was geht ab, Elementarians in the House, featuring Kazush, the Red Star, uh-huh, Plane Intendency, das ist halt... Ja du, krass. Ey, wo warst du denn? Boste mal in Insurgents oder? Insurgent Forces. Du? Warte, dann geh mal in die Gruppe, oder so mal öffnen, komm mal in den Öffnen, ich geh mal bei Rocketeer. Rocketeer, okay, das ist... Machine Gun. Ach, Bases, ich hab mal ein Mord gemeldet, also anstatt die blöde M1A1, das Gewerz in der Weltkrieg, das ist ein Drago nach oben. Oh, nice. Er hat gesagt, dass ich mal viel, viel was rauskomme. Ich will keinen Smoke. Okay, jetzt sind dran, du? Es ist noch da, wie warst du? Es ist noch da. Ja. Nooice. Du hast jetzt noch mal die Armeen da hinten, ne? Ja, selbst Grohl, selben ist. Ja. Da stimm ich auch kein normaler Raptop mehr, egal. Es ist nur so ein Aycock-Visier, aber dann kriegen wir Feuer noch mit. Sehr. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Zähne rufst du denn. Wo warst du denn längst ran? Ich kann die Map an der anderen mal nicht. Pass auf, hei. Du weißt, da geht. You gotta talk to me, hei. Es ist schon dickfett MG, so für Cover und was ist das. Okay, ich weiß nicht, dass du in der Höhle das läuft, gell? Ja, du warst voll an den Smoke, Roggele. Ja. Nein, sie sind schlecht. Es ist noch da. Ja. Es ist noch da, noch zu dir. Elementaria. Ja? Gut? Ja, es gut. Es gut. Putain, what the f... Oh, wie geil! Putain, meine Marines, sie sind mega Bezos mit dabei. Ja. Sie sind nicht verdritten. Was? Ich verleihre gerade mit mir, Bischof. Ich muss gucken, für meinen kleinen Poli-Skin zu kreien. Ich hatte etwas nicht. Jetzt werde ich den Ausblick gewöhnen, aber so ist er gerade neben mir. Okay. Du musst aufhören, man. Das ist ein Allerschool, ihr müsst ihr auf der falsche Seite. Kommt hoch! Kommt hoch! Kommt hoch! Kommt hoch! Kommt hoch! Kommt hoch! Ja, oder ein Cover, dann in einer Sprint. Gezeiht das mal ein bisschen. Nein, ich habe eine Zeit. Ich habe eine Zeit und denken. Okay, ich schlafe längst. Was? Ja, komm! Okay. Ich gucke die Richtung an. Ich gucke die Richtung an. Das Smoke. Nicht gucken, du musst schießen. Ja! Ich schlafe ihn wie ein Mothafucker. Du hast Feuer schlafen! Nice. Komm! Komm, ich schlafe ihn! Komm, komm! Komm! Ja, komm! Komm, komm! Ich werde das Knife, das B***! Gehe, Knife ihn wie ein Mothaf... Wie? Ah, ja, okay. Da muss ich den auswählen. Great, wir schlafen Alpha. Okay, mein Alpha ist auch, Bro. Leer OP! Ja, ich schlafe meine Granatenröcke im Neck. Ich gehe da oben, Gehe. Einfach so ran. Ey, ich schlafe schon zwischen den Knife, Gehe. Ich schlafe sie. Ich schlafe sie. Okay. Ich ziehe ihn direkt an. Oh, du B****! Ich bin gemessert, Gehe! B****! B****! Ja, also guck mich. Das sind sowieso an der Trab, pass auf. Ja, das waren da zwei. Fanden zwei platt. B****! Uh, da hat er verschont, dass ich mich verpisste und ich hatte einen Granatenruf sprang gesehen. Bravo, ist klar! We got it! Ich komme wie ein... Aroma B! Ja, ja, ja. Zerstungen einfach wie zwei Idioten an der Trab. Das war der, Gehe. Ich bin einfach voll in den Neck gebollert. Ich bin einfach voll in den Neck gebollert. Ich bin einfach Alpha. Ich bin einfach Alpha. Okay. Ich gehe zurück. Wir sind in den nemmsten Team, du Fuul! Wolle ich Alpha! Ich glaube, du hast zu deck viel Alpha. Ja, ich komme nach dir. K***er Monster schon, Baudo. Das ist echt wirklich K***er Monster. Das ist ja wirklich K***er Monster. Ja, ja. Junge, wir sind in den nemmsten Team. Boah, zieh dir Strullen. Ne, doch. Kannst du eine Neck gelaufen und zieh dir sechs Stück aus den nemmsten Team, die ob du Spallere, gell. Was liefst? Hey, ich bin gleich noch nervös. Gleich noch nervös. Boah, ich habe keinen Brot. Tick gut, doch. Mhm. Gut. Gut. Du hast mir natürlich geholfen, dass ich mir K***s machen kann. Natürlich. Ähm, gehen wir direkt auf A. K***er Monster, okay? Das ist wirklich geil. K***er Monster. Wir haben sehr schwer für drinnen. Ja, ja. Das sind 100. Dass wir sonst wohl an den Durchgang kommen, weil da ist schnell PG dabei. Was? Was? Wie kennst du die Bombe? Was? 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 Wie kennst du die Bombe? Was? Was? Doch, doch. Oh, ich gebe Schuss, ich gebe Schuss. Ob der Kreuzung Richtung, äh, Kreuzung bewahrende Richtung. Ah. Ich habe doch ein dick geil, ein dick geil AK aufgeladen, ne? Hatte Idee? Ja. Ich fühle dich los. Ach nein, ich muss jetzt Rails aufgeladen, wie nö. Wie nö. Logen? Puta, f***ing Sniper, gell. Kann ich... Wo warst du? Was? Lass? Mach ich kommen, ich komme. Ja. Gib mir doch Zeit, ich ziehe ich dir. Du musst schon zweimal oben snipe gehen. Serio? Du hattest gar nicht mehr dabei, ne? Ne, ich lebe noch. Ich komme über Alpha. Ich ziehe da Deku. Wow. So ist der Borde. Ah, nee. Was ist der andere? Ich gucke gerade auf Alpha. Du? Ich gucke noch auf Alpha. Ich gehe in Hanna rundherum. Warte, ich gehe da Deku. Okay, jetzt ist es Hanna. Ah, f***. Da ist es auch nicht... Wo sind Sie? Ah, der Jeep, Hanna. Du musst reißen, wie sie links sitzen. Ich habe noch jetzt geguckt. Wo warst du reißen, Hanna? Ich wollte ganz Hanna und links nicht auf Alpha laufen. Aber das ist mein Bildschirm. Ja, nee. Ich war noch 15 Meter Mino, längst von dir. Du sitzt uns aber schon auf unserer Seite. Oh. Nice. Also mir kommt ein Räger und zeigt, wenn die in der Sonne hält. Ja. Ich sage, du hast mir mal eine andere. B****** Nice. Das ist natürlich auch gut. Du war wunderprechtig. Du war Billebuch. Damn. Du war BING BANG BOOM BANG 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 B Das ist so ununiversalisch, hey, geil. Wie war es? Ich kann keine Kappe dabei sein, Mensch. Ja, aber wie war es? Ich kann doch nichts. Ah, da haben wir eine Baste. Oh, fred. Okay, ist sie nicht weg? Ja, sie kommen schon mit den Granaten, pass auf. Ah, schau mal, dass es wieder ingewischt. Wow, ist das eng? Ja. Ich werde eigentlich dabei laufen. Du lebst voll aus Miserion. Ja, bravo, bravo ist uns! Ich habe eine Chance, dass sie nicht leben gerettet hat. Wuuuuh! No scope action, b****! Hast du dich da drüber gelegt? Tom, kannst du auch noch da? Was hast du noch da? Du, 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 du hast gerade eine Rakade, du warst. Ah, f***. Ja, das ist doch, war du okay? Eine Rakade, Powerdagnate. Du, 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 du hast gesagt, wenn sie so schön sind schon gefragt. Ja, du, 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 du. Nein, das hat gesagt, wir sind alle zwei die wichtigsten Spieler. Mit 1 zu 3? Das ist der beste, wo ihr drum lebt. Auf jeden Fall, merci für euch nur gucken, liken, sharen, delen, kommentare, was noch so alles geht. Mir geht es mir, spiel mal ein kleines Neues in Grun Insurgency, wenn dich gefällt. Los aus Prüfer am Sabto, der geht es mir. Bis demnächst, ciao, ciao! So. So. So.